Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming Freunde, mein Name ist Sirius und wenn dieses Video heute nicht mindestens 1000 Daumen hoch kriegt, dann weiß ich auch nicht, denn in diesem Video ist eine Babykatze. So, wenn ihr jetzt wollt, dass die Katze in Zukunft öfter in den Daily News ist, dann könnt ihr das gerne in die Videokommentare schreiben oder einen Daumen hoch da lassen, mir ist das ganz gleich. Was machst du da? Oh, sie spielt passenderweise mit dem Witcher 3 Karton. Das war aber jetzt der Grund, die Katze ist am Wochenende bei mir eingezogen und deshalb gab es am Sonntag keine Daily News und ich habe das Ganze heute auf den Montag verschoben. Ich hoffe, das war nicht ganz so schlimm, Entschuldigung, dafür auf jeden Fall schon mal. Große Aufregung auf jeden Fall schon mal um das neue Metal Gear Solid 5 und zwar was die PC Retail Version betrifft. Das bedeutet also, wenn ihr in den Laden geht und einfach ein Spiel inklusive Verpackung kauft. Ja, also das gibt es ja nicht nur für Konsolen, sondern in der Tat gibt es das ja auch immer noch für PCs. Also nicht nur da muss man irgendwelche Sachen runterladen, nein, man kann auch in den Laden gehen, ganz normal ein Spiel kaufen. Und wenn ihr so Fans seid von Spielen, die ihr euch gerne ins Regal stellt und dann euer PC-Spiel von Metal Gear gekauft habt, werdet ihr feststellen, sobald ihr das in den PC einlegt, dass auf der CD gar nicht das Spiel drauf ist. Was ist das denn? Das ist irgendwie der Skandal des Tages, jeweils behauptet das jemand auf Twitter und belegt das bereits schon mit Screenshots. Auf der PC-Version des Spiels, auf der DVD, befindet sich einfach nur der Steam-Installer. Das bedeutet, ihr legt die CD ein und das Spiel muss automatisch noch komplett von Steam heruntergeladen werden. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das gibt aber mal sowas von den Daumen des Tages nach unten jetzt nichts gegen das Spiel, aber gegen die Geschäftspolitik muss ich wirklich sagen, habt ihr sie nicht alle? Bleiben wir direkt mal ganz kurz beim Thema Steam. Und zwar kann man ja, wenn man dort ein Spiel gespielt hat oder auch eine Beta gespielt hat, das entsprechende Spiel mit einer User-Wertung versehen. Und jetzt ist es so, dass die Call of Duty Black Ops 3 Beta dort bisher rund 7500 Reviews hat und davon sind ungefähr 5000 Scheiße. Also da sind 5000 Leute, die sich wirklich über alles aufregen. Angefangen von der Grafik, über den Sound, vom Spielsetting, über den Netcode und was man nicht sonst noch alles meckern kann. Jetzt muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ich muss sagen, Black Ops 3 hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Man kann natürlich gespaltener Meinung sein, ob man jetzt sagt, hey, das ganze Rumgehüpfe und das Future-Setting mag ich oder nicht, aber trotzdem so vom Spielgefühl hat es sich meines Erachtens richtig gut angefühlt. Und natürlich ist so eine Beta ganz einfach eine Promotion-Sache, da müssen wir uns nichts vormachen, aber sie dient immer noch dazu, den Netcode zu verbessern. Und auch ich hatte trotz dedizierter Server am PC hier und da mal so Probleme, Lacks und sowas, aber da würde ich jetzt mal einfach draufsetzen, dass eben so eine Beta dafür da ist, so einen Code zu fixen, verbessern, Fehler zu finden und sowas einzustellen. Wenn ich jetzt mal so an die PlayStation 4 Beta denke und so, da lief es richtig, richtig gut. Mir hat es toll gefallen. Wenn ihr da noch ein eigenes Feedback für habt, würde ich das ganz gerne in den Videokommentaren lesen. Fallout 4 könnt ihr euch auch den ein oder anderen Abend beschäftigen, denn laut Bethesda gibt es ganz einfach keine Level-Obergrenze, beziehungsweise wenn man alle Level-Perks und alle Fähigkeiten ausgespielt hat, ist das Ganze on top wirklich bei 275 und nicht wie sonst so bei so Spielen 50, 70, 80, irgendwas, sondern die haben keine Level-Obergrenze gesetzt und man kann wirklich jede einzelne Fähigkeit freispielen, insofern man das möchte. Also es ist natürlich so, dass man sich individualisiert, aber innerhalb dieser Individualisierung schließt man halt andere Bereiche nicht aus. Die Katze liegt die Witcher 3-Verpackung, wenn es raschelt im Hintergrund, nicht böse sein jetzt. Also das bedeutet ganz einfach, dass wir eine sehr starke Individualisierung haben, dass wir uns nicht darauf festlegen müssen, dass wir zum Beispiel nur einen bestimmten Waffentyp spielen, eine bestimmte Fähigkeit spielen. Nee, es wird so sein, dass man nach und nach wirklich alles spielen kann und sie haben auch gesagt, dass man locker, wenn man möchte, rund 400 Stunden Zeit mit dem Spiel verbringen könnte. Ja, dann Mahlzeit. Ja, abseits von der Katze, die mit der Witcher 3-Packung spielt, gibt es zu dem Thema aber auch noch eine Neuigkeit und so hat sich CD Projekt Red dazu zu Wort gemeldet, inwiefern Hearts of Stone, das ist ein bezahlbares Add-On, ein Story-Add-On fertig ist. Und sie haben gesagt, Mensch, es ist fast durch und dem Release im Oktober steht vermutlich nichts im Wege. Also wenn ihr Witcher 3 schon durch habt, könnt ihr euch in naher Zukunft, hier geht es ein bisschen verrückt zu, muss ich gestehen, könnt ihr euch in naher Zukunft auf neue Inhalte freuen. Das wird mit einem zweiten Zusatz-Add-On in einem Season Pass insgesamt 25 Euro kosten. Wahrscheinlich sind die Parts separat für rund 15 Euro erhältlich und wie gesagt, das Zusatz-Add-On soll so in etwa 10 Stunden Spielzeit beinhalten, mehr als das ein oder andere Vollpreistitelspiel. Volltreistitelspiel, was war denn das für ein Wort? Die Demo zum kommenden Forza 6, welches mittlerweile auch Goldstatus erhalten hat, wird am 1. September bereits erscheinen und euch im späteren Spiel den fahrbaren Ford GT bescheren. Das bedeutet also, wenn ihr diesen Ford GT, den man auch immer auf dieser Xbox-Pressekonferenz und so von der Decke hat, baumeln sehen, wenn ihr den gerne im Spiel haben wollt, dann solltet ihr euch den 1. September, also vermutlich morgen, morgen ist der 1. September, auf den Terminkalender ganz kurz rot anstreichen und das Ganze vielleicht auf eurer Xbox One herunterladen. Das Spiel hat mittlerweile schon Goldstatus erreicht. Wann ist der Release-Datum? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann mal ganz kurz einer in den Kommentaren aushelfen. Entschuldigung, ich bin ein schlechter News-Moderator. Die Katze ist schuld. Microsoft hat dann heute auch ein neues Xbox One Elite Bundle angekündigt und zwar, der Preis steht für Nordamerika schon fest, da sind es 499 Dollar und das Bundle wird halt eben eine Xbox mit einer SSD-Hybrid-1TB-Festplatte ausgestattet sein und dadurch soll die Xbox noch mal rund 20% schneller aus dem Schlafen erwachen und zudem ist dieser schweineteure neue Xbox-Elite-Controller dabei, der, glaube ich, 159 Euro kosten wird bei uns. Ich werde auf jeden Fall einen haben, da schwöre ich Brief und Siegel auf, das ist ja der SCAV-Konkurrent. Ich bin mega spannend auf das Teil, ob das wirklich durchrockt und ob es wert ist, so einen teuren Controller zu besitzen. Weiß ich jetzt nicht. Das Bundle hat für Deutschland noch kein Release-Datum und auch noch keinen Release-Preis. Ich könnte mir vorstellen, es wird 499 Euro kosten. Was sagt die Katze dazu? Was mir noch einfällt, bevor ich die Daily News heute ausmache, ich habe neulich ein Call of Duty Black Ops 3 Video gemacht. Entschuldigung, dass ich das Thema noch mal anspreche. Und zwar habe ich dort behauptet, dass die Xbox-Version grafisch schlechter aussieht und habe einfach mal so in den Raum gemutmaßt. Wahrscheinlich hat die eine geringere Auflösung und die wird dann ganz einfach hochskaliert. Da wurde ich von Xbox-Fanboys total gehatet. meines Erachtens mega grundlos, weil ich einfach versucht habe, eine objektive Aussage zu treffen, ohne irgendeine Konsole schlecht zu reden. Und wer eigentlich den Release der Next-Gen-Konsolen nachvollzogen hat, der weiß eigentlich, dass ich immer auf der Seite der Xbox gestanden habe und da ein großer Freund von bin. Jetzt ist es aber in der Tat so, dass es ja immer so Pixel-Zähler gibt. Ich glaube, Digital Foundry oder so heißt die Seite, die sich wirklich immer komplett sehr mit den Auflösungen und den FPS-Zahlen von Spielen beschäftigt. Und die haben jetzt herausgefunden, dass die PlayStation 4 Beta wirklich in 1080p lief, aber nicht immer die satten 60 FPS erreicht hat. Also jetzt Xbox-Fanboys, alle PlayStation-Piler von mir aus zu Tode haten, wenn ihr meint, ihr müsst das. Und zwar soll es so gewesen sein, dass die PlayStation 4 ab und zu auf 50 FPS runtersackt. Natürlich dann, wenn es ordentlich hektisch im Spielgeschehen rund geht. Viele Spieler da sind, Explosionen und so weiter und so fort. Während die Xbox One, so meine lieben Xbox-Freund, jetzt feiern bitte, konstant immer auf 60 FPS durchläuft, aber in der Tat wirklich nur auf 900p lief. Und genauso wie ich das gemutmaßt habe, wirklich das Spiel von 900p auf 1080p hochskaliert wird. Und daher kommt dann auch ganz einfach dieser leicht matschige Look her, wodurch die Grafik nicht ganz so gestochen scharf wirkt. Haben wir es wenigstens mal in Fakten jetzt belegt. Man könnte ja in diesen Tagen auch wirklich schon zum Spiele-Stress verkommen. Ihr wisst ja, dass ich noch nicht mal Witcher 3 durchgespielt habe. Ich habe Enderal, was ich momentan zocke. Ich habe mir persönlich die Gears of War Ultimate Edition gekauft. Das ist der erste Gears of War Titel Remastered. Und man kann hinterher die nächsten Teile herunterladen, wenn diese Xbox 360-Kompatibilität da ist. Und das wäre die Spiele. Metal Gear Solid 5 ist da. Until Dawn wollte ich eigentlich gerne ausprobieren. Habe ich alle noch nicht die Spiele, muss ich sagen. Mad Max kommt jetzt raus. Ich habe mir keins dieser Spiele von den Publishern schicken lassen, weil ich ganz einfach weiß, dass ich da dem Thema nicht gerecht werden kann. Ich kann da nicht hinterher kommen. Ich habe Dishonored, habe ich mir runtergeladen. Da werde ich vielleicht mal kurz angespielt, Video zu machen. Wenn euch ein Titel besonders interessiert, könnt ihr das gerne mal reinschreiben, wo ich vielleicht ein Video zu machen könnte. Versprechen kann ich das im Moment momentan nicht. Freut mich aber einfach für euch und für alle Gamer da draußen, dass es im Moment wieder viel zu zocken gibt. Wenn ihr die Tage weitere Bock auf Daily News habt und Bock auf die Katze, dann gerne Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, meine Gaming-Freunde. Und haut rein.